Welche Herausforderung bin ich bereit anzunehmen und wo sage ich da ist Schluss? Welche Herausforderung möchte ich bestehen und bei welcher sage ich nein danke ohne mich? Das ist nicht ihre Entscheidung. Das ist nicht das, was sie entscheiden. Das ist das, was der Schöpfer entscheidet. Und es gibt auch viele Zuschauer die sagen, da kommt sie wieder mit ihrem Schöpfer. Da kommt sie wieder mit ihrer Geschichte. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo jeder sich bewusst machen sollte und auch jeder sich fragen sollte, weshalb er hier auf Erden ist. Es gibt sehr viele Menschen die sind der Meinung sie müssen perfekt sein. Sie dürfen keine Fehler machen. Ich weiß das noch aus meiner Zeit beim Fernsehen. Es durften keine Fehler gemacht werden. Das Schlimmste, was man machen konnte, war ein Fehler machen. Einen Fehler machen. Ein Beitrag, wo eine Information nicht stimmte. Ja, das war wirklich vor Jahren ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Man bekam wirklich irrsinnige, irrsinnige Kritik. Zu Recht womöglich. Aber was nicht korrekt war, meiner Meinung nach, auch in einer Live-Schalte. Einen Fehler machen in einer Live-Schalte, ja, das war einfach etwas fürchterliches. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und man wurde dann angegriffen von vielen Kollegen, Vorgesetzten und, und, und. Vor allen Dingen auch in der Konferenz. Das war wirklich ein großes Problem. Es ist natürlich falsch. Denn wir sind Menschen und jeder macht Fehler. Und auch in einer Live-Schalte und auch bei einem Live-Interview und auch in einer Live-Talkshow. Es werden Fehler gemacht. Menschen sind auf dieser Erde, um Fehler zu machen. Nichts mehr und nicht weniger. Unsere Seelen sind hier, um zu lernen. Und ohne Fehler kann ich nicht lernen. Also suche ich Herausforderungen. Besser gesagt, ich bekomme die Herausforderungen. Manche Leute suchen sie regelrecht. Zumindest wird es ihnen gesagt von anderen. Du suchst dir ja immer die Probleme aus. Nein, es sind nicht die Menschen, die sich die Probleme aussuchen. Es sind die Seelen, die diese Herausforderungen annehmen möchten. Und manche sagen, ich habe die Nase voll. Ich habe nur Probleme in meinem Leben. Ja, die Probleme werden natürlich immer größer. Die Herausforderungen werden immer größer, wenn wir sie nicht annehmen. Bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, ich hatte jetzt schon zehnmal eine ähnliche Herausforderung. Ich hatte schon zehnmal den gleichen Typ Mann. Ich hatte schon zehnmal den gleich, die gleichen Typ Frau. Ich hatte schon zehnmal einen Job, wo ich immer wieder die gleichen Probleme, Herausforderungen hatte. Die werden so lange kommen, diese Herausforderungen, bis ich lerne. Bis ich den Knopf umdrehe und sage, so und jetzt mache ich alles anders. Die Herausforderungen werden immer größer. Und wir haben auch in den letzten Jahren ziemlich große Herausforderungen auf dieser Erde gehabt. Aber wir machen einfach immer weiter. Immer weiter wie bisher. Und wenn wir die Herausforderungen angenommen haben, wenn wir diese Herausforderungen gelöst haben, dann geht es wieder weiter wie vorher. Zurück in die alte Situation. Bloß keine Veränderung. Das Leben ist Veränderung. Eine Veränderung nach der anderen. Es ist die ganze Zeit Veränderung. In dem Augenblick, in dem ich hier rede und Sie das anhören, da ist Zeit dazwischen vergangen. Und in dieser Zeit haben schon wieder eine ganze Menge Veränderungen stattgefunden. Das können wir nicht verhindern. Das sind Frequenzen hier, Energien. Die Energien fließen und in dem Augenblick gibt es eine Veränderung. Das hier ist die ganz große Herausforderung. Die größte womöglich, die wir als Menschen jemals hatten. Möchten Sie dabei sein? Möchten Sie aufstehen? Machen Sie mit? Machen Sie mit, das zu verändern? Oder sagen Sie, ich mache alles, was die anderen mir sagen. Hauptsache ich kann danach wieder normal, so wie bisher weiterleben. Ich kann Ihnen garantieren, das wird nicht der Fall sein. Je mehr Sie mitmachen, je mehr Sie hören auf das, was die anderen Ihnen sagen und nicht hören auf Ihre eigene Seele, auf das, was Ihre Seele möchte. Je mehr Sie mitmachen, desto schwieriger wird das Problem. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Weltweit. Alle Menschen. Alle im gleichen Boot. Und manchmal denke ich auch, ja, natürlich hat der Schöpfer uns, was heißt manchmal, ich denke es oft, natürlich hat der Schöpfer uns diese Herausforderung gegeben. Natürlich erwartet er von uns, dass wir Aktion unternehmen, dass wir etwas tun. Wir können so nicht weitermachen. Wir Menschen leben auf Kosten der Erde, auf Kosten der Ressourcen, auf Kosten der anderen. Sie kennen auch meine Einstellung zum Klimawandel. Wir können den Klimawandel nicht ändern mit CO2-Zertifikate, die verkauft werden, wo andere dran verdienen. Es ist wie ein Aktienmarkt. Das wird das Problem nicht lösen. Es ist Teil des Systems. Das System muss sich verändern. Wir müssen uns verändern. Unser Denken muss sich verändern. Das ist das, was geschehen muss. Und wir werden im Augenblick regiert von Menschen, die das System erhalten möchten und besser noch, noch weiter ausbauen möchten, nach ihren Vorstellungen und Wünschen. Da ist der Mensch gefragt. Da sind wir gefragt, zu sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Wir machen das nicht mehr mit. Wir sind nicht bereit, nach euren Spielregeln zu funktionieren. Und, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, das System muss sich verändern. Das komplette System weltweit. Das komplette Bewusstsein der Menschen weltweit. Raus aus diesem System. Raus aus das System, welches uns sagt, wir müssen Angst haben. Wir müssen funktionieren. Wir müssen gehorchen. Wir müssen perfekt sein. Nein. Wir sind nicht auf diese Erde gekommen, um perfekt zu sein. Wir sind auf diese Erde gekommen, um zu lernen. Unsere Seelen wollen lernen. Und unsere Seelen machen Fehler. Die ganze Zeit, bis zum Schluss. Bis zum Tag, an dem unsere Seelen auf dieser Erde unseren Körper verlassen. Bis zu dem Tag machen wir einen Fehler. Manche nennen es Fehler, ich nenne es Herausforderung. Haben wir eine Herausforderung nach der anderen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Und wir haben eine Riesenherausforderung weltweit. Die ist nicht da durch Zufall. Die ist auch nicht da, weil andere es wollen. Der Schöpfer lässt nichts zu, was er nicht zulassen möchte. Es passiert nichts, was nicht passieren soll. Und das hier ist für uns jetzt gerade die ganz große Chance. Die ganz große Chance, etwas zu verändern. Es ist eine wunderbare Zeit. Ja. Und wir werden da stark und frei und groß herauskommen. Aber das geht nicht ohne. Das geht nicht ohne Einsatz. Das geht auch nicht ohne Sturm. Das geht auch nicht ohne Tränen womöglich. Das geht auch nicht ohne dass wir leiden. Mit leiden meine ich, dass wir das Gefühl haben, es geht nichts weiter. Ja. Eine Herausforderung und eine große Herausforderung, die braucht Kraft. Die braucht Anstrengung. Es gibt nichts umsonst. Das wissen unsere Seelen. Und ich hatte ja schon oft darüber erzählt, dass unsere Seelen nur eins möchten. Aufsteigen. Und bei einigen sind die Seelen schon auf einem höheren Niveau als bei anderen. Das ist einfach so. Manche Seelen sind öfter wiedergeboren worden, andere nicht. Das ist meine Überzeugung. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Schöpfer. Es ist vollkommen egal, welcher Religion ich angehöre. Welche Hautfarbe ich habe. Ob ich Männlein oder Weiblein bin. Klein oder groß. Dick oder dünn. Es gibt einen einzigen Schöpfer. Einen einzigen Schöpfer. Das ist meine Überzeugung. Das weiß ich. Und deswegen weiß ich auch, dass wir hier gemeinsam durch müssen. Es geht nicht alleine. Auch das gehört mit zu dieser Herausforderung. Das schaffen wir nur gemeinsam. Alle gemeinsam. Und wie ich gerade gesagt habe. Manchmal oder oft denke ich, es muss so sein. Denn wir leben auch auf Kosten von anderen Menschen. Das Ego. Wie ich das gesagt habe, auch im Livestream. Das Ego. Das, was manche der Teufel nennen. Das ist das Ego. Versuchen Sie mal, einen Tag lang zu funktionieren, ohne dass Sie Ihr Ego einschalten. Ganz bewusst. Wie gesagt, bewusst leben. Bewusstsein. Das ist das Wichtigste. Versuchen Sie einmal, einen ganzen Tag nur Dinge zu tun, ohne dass Ihr Ego da eine Rolle spielt. Schalten Sie Ihr Ego ganz ab. Das ist nicht einfach. Aber es kann funktionieren. Wie oft erwische ich mich selbst dabei, dass ich etwas Bestimmtes sage. Dass ich etwas Bestimmtes tue. Und dann denke, ich habe das gesagt, weil ich gut dastehen möchte. Mein Ego war das. Ich hätte das gar nicht sagen brauchen. Ich tue es einfach. Ohne, dass irgendjemand es merkt. Weil ich es tun möchte. Weil meine Seele daran wachsen möchte. Und es interessiert nicht, ob ich es tue oder nicht. Oder ob jemand es weiß. Also ob jemand weiß, ob ich es tue oder nicht. Aber mein Ego sagt, ich möchte, dass andere das sehen oder hören. Oder dass ich das erzählen möchte. Das Ego, das ist hier die Schweinebacke. Das Ego, das ist der Fiesling. Das ist das größte Problem. Und wir leben jetzt in der Zeit des Egos und der Narzissten. Das ist nochmal eine Stufe höher. Und das ist jetzt die ganz große Herausforderung.